Einer weniger, drei weniger. Ihr wisst, wohin das führt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es darum, wie startet man gut in ein altes Königreich. Dazu sollte man als allererstes natürlich den König in dem jeweiligen Königreich anschreiben und sich halt auch überlegen, was man möchte. Ob man ein deutsches Königreich haben möchte oder ein internationales, was einem halt lieber ist. Bei vielen Königreichen sehen wir die Nationalität des Königreichs selber. Ich gehe jetzt mal ganz kurz zu dem Königreich, wo ich mit der Königin gesprochen habe und mir dort einen Account erstellen kann. Und das ist das Königreich 1, 2, 3, 1. So, da habe ich aber jetzt mit der Königin gesprochen und habe das abgesprochen, dass ich dort einen Account erstellen kann. Das heißt nicht, dass ihr euch da jetzt auch einen Account erstellen könnt, einfach so. Sprecht das, wie gesagt, immer erst mit dem jeweiligen König ab. Bevor ihr in ein Königreich wechseln wollt, könnt ihr einmal raus scrollen aus dem Königreich, wo ihr gerade seid. Unten auf die Weltkugel gehen. Und dann könnt ihr hier auf der linken Seite auf die Eroberungsstaffel gehen. Hier. Und dann könnt ihr auf die jeweiligen Königreiche gehen und schauen, was für Sprachen hier eingestellt sind. In dem Königreich 1, 2, 3, 1 zum Beispiel sind alle Sprachen, das heißt ein internationales Königreich. So kann man davon ausgehen. Wenn man jetzt mal auf mein Königreich geht, wo ich meinen Hauptaccount habe. Hier. 1, 2, 3, 8. Sehen wir hier einmal die Sprache Deutsch. Und daher weiß man eigentlich schon, dass in diesem Königreich zum Großteil Deutsch gesprochen wird, geschrieben wird. Um jetzt aber in dieses Königreich, wo ihr vereinbart habt, dass ihr da einen Account erstellen könnt, hinzugelangen, dauert das natürlich lange mit dem Scrollen. Zu dem aktuellen Zeitpunkt meines Videos beginnt etwa hier so in dem Dreh die Eroberungsstaffel von den Königreichen. Die sind ja alle durchnummeriert von 1001 bis, was es dann halt aktuell gibt. Und die sind hier, meine ich, schon alle in der Eroberungsstaffel. Aber ich möchte ja zu 1, 2, 3, 1. Da sind wir bei 18, 17, 16, 15, 14, 13 und 12. Und dann sollten wir hier etwa in den Bereich kommen und da ist es auch schon. So, und jetzt erstelle ich mir hier einen neuen Charakter. Ich überspringe jetzt einmal den Anfang, beziehungsweise auch hier wähle ich zu Anfang natürlich von der Kultur her China aus. Weil, wie gesagt, 5% Baugeschwindigkeit ist nun mal das Beste, was man haben kann. Falls ihr euch fragt, warum ich das mehr oder weniger sage, auch und so weiter. Ich habe ein Video zuvor gemacht, wo es darum ging, wenn ihr ein neues Königreich, ein neuen Account erstellen wollt, wie ihr da, ja, damit umgehen werdet oder könnt, oder wie ihr da am besten starten könnt. So ist es besser ausgedrückt. Könnt ihr euch gerne auch angucken. Das geht jetzt hier, wenn wir in einem alten Königreich starten. Und wie gesagt, wir wählen hier China aus, gehen auf Bestätigen und dann geht das los. Das überspringen wir jetzt einmal. Die komplette Einführung, die erspeichere ich auch ebenfalls einmal. Hier haben wir allerdings am Anfang nicht den Punkt, wo wir Nebel erkunden müssen. Deswegen kriegen wir die ganze Belohnung für das Nebel erkunden und so weiter bekommen wir hier direkt von Anfang an. Weil in diesem Königreich gibt es keinen Nebel. Oder es gab hier Nebel, der ist aber schon bei weitem halt, ja, fertig. Natürlich haben wir hier unsere täglichen Aufgaben, auch ganz normal, wie drüben ebenfalls. Und jetzt kann man rein theoretisch starten. Hier werde ich es jetzt ein bisschen anders machen wie drüben, sondern hier werde ich als allererstes meinen Namen anpassen. Und werde ich hier jetzt einmal diesen Bündnis joinen, wo ich rein möchte. Das ist dann ein intern Bündnis, was volle Technologie hat. Hier habe ich eine zusätzliche Belohnung bekommen, die ich aber jetzt am Anfang eh nicht abrufen kann. Na, Kristallschlüsse gibt es erst später. Zack. Und hier bin ich auch an dem Bündnis, wo ich rein wollte, schon angenommen worden. Wie gesagt, so etwas sollte immer halt in Absprache geschehen. Ich habe hier der Leaderin geschrieben und sie hat mich dann auch direkt angenommen. So, jetzt machen wir hier natürlich wieder die ganzen Gleiche, das ganze Gleiche, was wir vorher halt auch gemacht haben. Alle Gebäude bauen, die wir bauen können. Und dann Fokus auf das Rathaus, damit das Rathaus so schnell wie möglich vorankommt. Die zweite Bauliste freischalten, auch wenn wir die jetzt hier gerade nicht brauchen. Aber wir wissen ja aus dem letzten Video, dass wir die Taverne schon mal machen müssen. Von daher können wir die schon mal starten, während das Rathaus noch am Bauen ist. Die Goldschlüsse aufmachen, natürlich auch so schnell wie möglich bestenfalls, denn der hat einen Ablauf-Timer. Sehen wir hier, sind aktuell drei Tage insgesamt, das heißt in drei Tagen kriege ich wieder eine kostenlose neue Goldtruhe. So, hier kann ich natürlich auch direkt schon von Anfang an beginnen, Barbaren zu töten. Die Barbaren gehen von Level 1 bis immer höher, immer höher, immer höher. Hier habe ich auch schon ein Dorf, was ich abfarmen kann. Und hier sehen wir auch direkt, wir haben schon Level 21 um mein Haus rum, 24 und so weiter und so fort. Was natürlich besser ist, weil in einem anderen Königreich, also in einem neuen Königreich, wenn ihr da startet, dann habt ihr ja ab Level 6, also bis Level 6 könnt ihr nur, dann müsst ihr tagtäglich, kommt dann ein Level höher dazu. Das habe ich in meinem letzten Video nicht wirklich gesagt, da müsst ihr, da startet ihr halt mit bis zu Level 6 an, am nächsten Tag Level 7, Level 8, Level 9, Level 10 und so weiter und so fort. Der Unterschied zwischen den Barbaren natürlich, je höher das Level, umso stärker sind sie. Ab Level 11 bekommen wir aber, wenn wir Diamanten bekommen, 2 mal 10 anstelle von, das wollen wir nochmal ganz kurz, Level 2 ja, 1 mal 10. Also 1 bis 10 gibt 10 Gems, 11 bis 20 gibt 20 Gems und 21 aufwärts gibt 3 mal 10 Gems. Das bedeutet für uns, wir gucken natürlich, dass wir so schnell wie möglich, so hoch wie möglich auch kommen können, von den Barbaren her. Da sollten wir hier natürlich dann auch die 3 auswählen. Und wenn ihr Leute dabei habt, die euch helfen, gerade stärkere Leute oder sowas, dann könnt ihr euch natürlich auch helfen, über Level 11 und so weiter hinaus zu kommen. Ich empfehle aber in alten Königreichen das so zu machen, dass ihr da vielleicht mit kleinen Gruppen hingeht, die da neu anfangen. Na, wenn ihr euch in einem neuen Königreich zum Beispiel kennengelernt habt und sagt, okay, ich möchte jetzt doch in einem alten Königreich anfangen, weil ich sehe, dass ich mich da besser entwickeln kann oder wie auch immer, dann sucht euch eine Gruppe, fangt dort gemeinsam neu an und macht dann Barbaren und so weiter, macht ihr dann bestenfalls gemeinsam. Man muss dazu sagen, dass man in einem alten Königreich im Vergleich zu einem neuen Königreich jetzt keinen Druck hat, schnell viel Energie aufzubauen, denn das Königreich oder das Bündnis, in dem ihr seid, muss nicht an Energie gewinnen, um jetzt bei den Top-Bündnissen mithalten zu können. Hier in dem Königreich, das kann ich euch jetzt noch nicht zeigen, gibt es starke Bündnisse, wo du jetzt nicht dran mitwirken kannst, damit dieses Bündnis stärker wird oder ähnliches. Und es gibt auch nicht diesen Konkurrenzkampf, wer ist der Stärkste, wer ist am schnellsten gewachsen oder ähnliches. Das heißt, rein theoretisch könnt ihr in einem alten Königreich ganz entspannt in Ruhe machen und tun hier. Nichtsdestotrotz möchte man natürlich auch gucken, dass man so schnell wie möglich vorankommt, um halt stärker zu werden, mit denen hier was erreichen zu können in dem Königreich oder mitwirken zu können, wenigstens, was auch seine Zeit dauern wird. In den meisten älteren Königreichen habt ihr aber genug Leute, die euch gerne unterstützen und wenn es nur ein oder zwei Personen sind, die das tun, was euch aber schon extrem hilft. So, und ich bin jetzt hier in diesem Königreich, in einem Bündnis, wo jetzt nicht so viele aktive Leute sind, also eher sowas wie ein Farmbündnis, wo viele Farmen drin sind oder ähnliches, ist für mich aber in Ordnung. So kann ich in Ruhe wachsen, kann hier mein Zeugs machen und wenn ich mich dann mehr oder weniger stark genug fühle, dann kann ich natürlich auch in einer der größeren Bündnisse kommen und dort dann mithelfen. Das sollte euer Ziel sein, also ihr solltet schon in ein Königreich gehen, wo ihr euch vorstellen könntet, dass ihr in der Zukunft dort auch bleiben werdet und das Bündnis dann unterstützen könnt. Könnt ihr jetzt schon mal den nächsten wieder angreifen. Falls ihr das gemerkt habt, die Barbaren gehen ziemlich einfach im Vergleich zu dem anderen. So, da hatte ich schon Probleme eigentlich bei dem ersten oder beim zweiten Level 2, aber hier ist das absolut kein Problem. Wie ihr seht, geht runter wie Butter bei Level 4 und ich habe ihn nicht großartig gelevelt. Das liegt an einer Sache und zwar an der Technologie. Können wir uns gerne einmal anschauen. Wir haben hier ein Max-Technologie-Bündnis, das heißt, alles ist hier fertig. So, das heißt, von den, wir können uns das ja mal ganz kurz hier angucken. So, erhöht die Baugeschwindigkeit der Bündnismitglieder in deiner Stadt. Das heißt, ich kann schon mal 8% schneller bauen. 8% schneller forschen. Erhöht den Schaden gegen Barbaren und neutrale Einheiten um 10%. Und hier bekomme ich auch mehr Erfahrung für meine Kommandanten. Sprich, ich kann sie schneller leveln. Hier haben wir dann einmal Sammelgeschwindigkeit. Für jede Ressource um 50%. Das ist mega. So, dann haben wir, ne, ich glaube, das ist ein Zwischenteil hiervon, ne? Das ist das hier. Ne, geil. Grundsätzlich, wir haben hier einfach Bündnisse, die halt hier, Holzsammelgeschwindigkeit 15%, Nahrung, Stein, Gold. Ne, das ist alles viel, viel schneller. Dann haben wir hier nochmal Baugeschwindigkeit, ne, dass die erhöht wird um 15%. Das heißt, wir sind schon bei 25% mehr. Ne, das stimmt gar nicht. 23%. Wir hatten ja 8% bei der ersten. Hier haben wir nochmal 15% davon. 15% erhöhten Schaden gegen Barbaren. Und nochmal 15% Erfahrungszuwachs. Das heißt, ne, alleine durch diese Punkte, überlegt euch das mal, was ihr da an, ähm, an Bonus bekommt. Hier dann auch nochmal für Sammeln. Nochmal 20% oben drauf. Dann gehen wir mal hier in die nächste Spalte. Hier haben wir, ja gut, das ist das Marschtempo innerhalb des Bündnisgebiets. Das ist halt alles, was ihr habt, was ihr bekommt, wenn ihr auf dem Bündnisgebiet seid. Das bin ich ja jetzt nun mal hier nicht. Na, ich bin ja jetzt hier im Nirgendwo. So, ich werde aber hier auch schon direkt dahin gelandet, äh, geleitet, wo das Bündnis steht. Und das sehen wir auch hier, wenn wir oben auf die Karte gucken. Dieses Bündnis ist sogar in Zone 3. Ähm, also in der Mitte der Zone. Ich muss euch dazu sagen, das bringt euch jetzt nicht wirklich viel, am Anfang in Zone 3 zu sein. Denn die Barbaren, die dort sind, die sind alle stärker. Na, jetzt bin ich hier bei einem Wehrturm gelandet. Na, hier gibt es kaum niedrige Barbaren. So, das heißt, ich brauche auf jeden Fall Unterstützung, um die schlagen zu können. Ähm, und das bringt mich nicht wirklich weiter. Die Ressourcenpits, die dort sind, die sind auch relativ hoch. Äh, die sind eigentlich nur hoch. Da gibt es keine kleinen. Und man sollte Ressourcenpits immer leer machen. Immer. Na, nicht anfressen und dann stehen lassen. Denn, äh, jedes Mal, wenn es leer ist, verschwindet es und es bekommt ein neues. Wenn ihr was da drinne lasst, in diesem Ressourcenpit, dann, äh, bleibt das eine ganze Langeweile lang stehen, ähm, bis das überhaupt verschwindet, falls das überhaupt verschwindet. Und jemand anderes muss es dann für euch leer machen. Und es bekommt kein neues. Das ist ziemlich, ziemlich nervig. Was ich euch empfehlen kann, ist, dass ihr euch in der Nähe dann eines, ähm, Heiligtums, das sind diese Dinger hier, das sind die kleinen, wo eine Eins bei steht, dass ihr euch da, dorthin, äh, teleportiert. Ich werde mich jetzt auch direkt einfach hierhin, äh, teleportieren. Wenn das denn ginge. Ah, okay. Ich kann da nicht hin, weil ein Pass im Weg ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich überhaupt stehe. Lol. Da oben stehe ich. So, und von meinem Bündnis ist dort, nee, das ist J. Nee, das ist auch GL. Das heißt, ich kann mich auch hier importen. Dann haben wir doch hier direkt ein, äh, ein Gebiet, wo ich mich importen kann. Und dann biete, äh, reporte ich mich natürlich hier auch aufs Gebiet. Schaut bitte immer, dass ihr euch auf das Gebiets, äh, am Rand teleportiert. Damit innerhalb vom Gebiet, Ressourcen und Barbaren spawnen, weil wir, wie wir eben schon in der Technologie gesehen haben, ähm, gibt das uns ein extra Bonus, wenn wir das, wenn wir die auf dem Bündnisgebiet killen. So. Und dann am bestenfalls so weit wie möglich an den Gebietsrand. Ne, ihr seht das jetzt hier. So. Ich kann mich auch außerhalb porten. So. Das macht jetzt keinen großen Unterschied. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich glaube, ich porte mich hier außerhalb des Bündnisgebietes. Und jetzt zeige ich euch noch eine coole Sache. Ich scrolle jetzt einmal komplett raus. Und dann haben wir hier auf der linken Seite den Punkt Erkundung. Dort setzen wir jetzt einmal den Haken. Wir sehen hier alle Dörfer, alle Höhlen und so weiter. Das heißt, wenn ihr mal ein bisschen Freiraum habt, dann könnt ihr einfach zu diesen Höhlen gehen und schickt da eure Sperre hin. Hier könnt ihr dann die ganzen Höhlen noch erforschen. Hier ist die nächste Höhle. Und wir kriegen hier natürlich auch diese Karten, womit wir Nebelfelder wegmachen können. Zum Beispiel habt ihr ja gerade gesehen. Das Coole ist, wir können die ja jetzt nicht einlösen. Wir haben ja kein Nebel. So. Und deswegen gehe ich jetzt hier auf Verwenden und bekomme dadurch Speedups, die mir natürlich dann wieder helfen. Wenn wir uns jetzt mal die Events hier angucken, haben wir hier natürlich das hier. Das hat man immer. Dass man diese Belohnung bekommt, bis auf Rathaus 25. Und dann gucken wir uns die anderen Events an und wir sehen, das sind ein paar weniger wie sonst. Wir haben hier Karoak-Zeremonie, Schattenlegion. Das sind Events, die kommen immer mal ab und zu. Dann haben wir hier Britannien. Das sind Events von alten Königreichen. Und die Events, die können wir eigentlich fast nicht schaffen. Gut, 40.000 Energie hier zu machen heute, das werde ich wahrscheinlich, könnte ich hinkriegen, wenn ich jetzt lange wach bin. und dann kriege ich hier einmal Extra-Gems und Speedups und die ganzen anderen Belohnungen. Und hier habe ich ja mal Truppen ausbilden. Das ist zum Beispiel, das ist aber für Level, ne, das sind alle Truppenarten, die man ausbilden kann. Ihr seht hier, 60 Einheiten habe ich das schon gemacht, bis ich natürlich hier die 10.000 schaffe. Das wird dauern. Aber dafür kriegt man halt auch Belohnungen. Dann haben wir hier einmal natürlich auch das Denkmal. Auch das haben wir ja in einem neuen Königreich. Und hier steht überall halt unerreicht, 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 unerreicht. Na, weil dieses Königreich halt schon älter ist und ich in der Zeit nicht da war. Das heißt, die ganze Belohnung, die ist, die geht nun mal verloren. Ähm, ich kann mal gucken, ob ich die letzte Belohnung noch bekommen kann hier. Da muss ich mir ein Video anschauen. Das überspringe ich das auch mal kurz. Jetzt habe ich mir das Video angeschaut und bekomme die Belohnung, die hier ist, halt ebenfalls nicht. Sei es drum. Das ist ein bisschen was an Belohnungen, die einem da flöten geht. Ähm, aber dafür habe ich hier auf jeden Fall auch andere Belohnungen, die ich dann bekommen kann. Außerdem haben wir hier noch, wenn wir in das Bündnis gehen und wir gehen dann hier einmal auf Heilige Städte, dann sehen wir, was für Heilige Städte dieses Bündnis alles hat. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel, was wir nochmal zusätzlich für Boosts bekommen. Eine Aktionspunkteerholung von 20%, eine Heilungsgeschwindigkeit von 20%, Truppenangriff 3%, Ausbildungsgeschwindigkeit nochmal von 10%, das heißt, ihr bildet auf deutlich schneller eure Truppen aus, dann haben wir eine Truppenverteidigung und Gesundheit nochmal von 3%, Sammelangriff, gut, mache ich jetzt eh keinen, aber Sammelgeschwindigkeit 5%, und so weiter und so fort. Ressourcenherstellung 10%, Das sind alles nochmal Boosts, die ihr oben drauf bekommt. Außerdem haben wir in diesem Königreich die Möglichkeit, nach Titeln zu fragen. Die Titel, die man hier bekommen kann in dem Königreich, seht ihr hier, wenn ihr auf den Tempel in der Mitte geht. Ja, wird mir erstmal erklärt, was das für ein Gebäude ist. Dann gehen wir auf das Zahnrad und dann sehen wir hier oben Titel. Diese Titel, die hier sind, können wir alle bekommen. Das heißt, wir können dann noch einmal obendrauf eine Baugeschwindigkeit von 10% bekommen, eine Forschungsgeschwindigkeit von 5%, eine Verteidigung oder eine Ausbildungsgeschwindigkeit von 10% mit Herzog, und so weiter und so fort. Wie das mit dem Titel geben und bekommen funktioniert, das habe ich euch in einem Extra-Video schon mal gezeigt. Das verlinke ich gerne einmal in der Beschreibung. Das ist jetzt hier einmal am Folgemorgen. Da habe ich natürlich hier meine Sammler über die Nacht weggeschickt, die jetzt nach Hause kamen. Aber schaut euch mal die Ressourcen an, die ich bis dahin auf jeden Fall schon mal gesammelt habe. Überall eine, über eine Million. Und es hört halt nicht auf. Es kommt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Hier natürlich die ganz normalen Belohnungen. Dann natürlich auch das Ausbilden. Das sollte man nie vernachlässigen. Egal, ob man jetzt auf eine Truppenart geht oder auf, ne, oder ähnliches. Man sollte natürlich immer die Haupt-Truppenart halt pushen. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich jetzt meine, mein Infanteriegebäude am höchsten gelevelt. Ja, und ich habe auch ein paar Truppen gepusht. Hier sehen wir auch schon, ich bin VIP 3. Kurz vor VIP 4. Und dann haben wir hier einmal, guckt euch mal die Ressourcen hier oben an. Das ist richtig viel, was man da nochmal bekommt. Und das ist nur ein Bruchteil von dem, was man bekommt. Ne, je nachdem, wie lange man wartet, sammelt sich da richtig, richtig viel an. So, meine Kommandanten können wir uns jetzt auch mal angucken. Meines uns zu ist hier aktuell auf Level 15 gerade geworden. Ich gehe hier bis zur blauen Hand, weil die so das Wichtigste sind. Ich habe aber hier auch schon einen goldenen Kommandanten gezogen, der allerdings zum Sammeln da ist und auch nicht wirklich gut ist. Das ist der Ishida. Dann gibt es hier, heute hat dieses Event angefangen. Dort wähle ich einen Teil aus. Wenn ich hier was bekommen sollte, würde ich hier natürlich auch auf Infanterie gehen. Das ist so ein Blaupausen. Das ist eure Ausrüstung, die ihr später bekommt. Und für Infanterie ist dieser dieser Umhang hier somit das Beste. Und öffne das und habe jetzt hier zwei Materialien bekommen. Das ist dann später wichtig. Das sind die ganzen Events, die hier gerade laufen noch. Nebenbei. Und für Ausrüstung braucht man viel Stein. Deswegen wähle ich hier natürlich auch Stein aus. Dazu habe ich auch schon andere Videos gemacht. Hier bin ich dann jetzt gerade Rathaus Level 11 geworden. Ihr seht meine Energie oben. Wir sind immer noch am gleichen Tag. Schaut euch mal diese Ressourcen an. Das ist ein Event. Machtspiel heißt das. Und für 60.000 Energiezuwachs bekomme ich diese Ressourcen. Ich weiß noch nicht, ob ich das auch noch weiter schaffe. Dann haben wir hier noch eine Rangliste. Ich bin aktuell hier, weil wir jetzt halt ein relativ altes Königreich sind, auf Platz 25. In einem neuen Königreich beispielsweise wäre ich jetzt wahrscheinlich 1000 plus oder so. So, und das hier das hier wären dann die Belohnungen, die ich bekommen würde. Wäre ich jetzt zwischen Platz 21 und 50. Am Ende das sind Goldköpfe, Silberköpfe und ein 3-Stunden-Beschleuniger auch mega, mega gut. So, und dann bin ich hier bei meiner dreitägigen Reise auch schon angekommen. Das Schützschild hier verfällt jetzt auch fast. Ich kann noch kurz gucken. Eine Minute. Wir sind VIP 5 geworden mit 8.000 Punkten, 8.300. Insgesamt 212.000 Energie. Ich habe aber hier auch noch ein bisschen was zum Ausbauen. Das wird jetzt auch bald fertig, die Taverne. Und dann muss ich noch ein paar mehr Sachen ausbauen, wie wir hier sehen können. Ich bin auch schon Rathaus Level 12. Ich habe das gerade gesehen. Mir fehlen die Ressourcen. Ressourcen sind definitiv nicht mein Problem. Schaut euch das mal an, was ich hier an Ressourcen sammeln konnte in der Zeit. Na, das ist eher mein Problem. Die Beschleuniger. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt in der ganzen Zeit, wo ich jetzt hier war, habe ich nicht nach Titeln gefragt und habe mir auch keine Rune geholt. Beides solltet ihr tun, damit ihr euch schneller entwickeln könnt, nicht so viele Speedups braucht und so weiter. Dann haben wir hier von diesen Kristallschlüsseln und dann haben wir 14 Stück. Die sind für die Schmiede später. Das heißt, ich habe schon mal gut vorgearbeitet und hier habe ich zwei Goldköpfe, weil wir bei der Expedition hier schon bei 17 sind. Kommandanten mäßig bin ich mit so und zu jetzt auch schon relativ weit. 5, 2, 2, 1 habe ich hin und Level 30. Konstanze nutze ich momentan als zweiten Kommandanten dahinter, um sie halt nebenbei mitzuleveln. Ich muss dazu sagen, ich habe natürlich hier auch die Möglichkeit, Loas zu machen. Also diese, ja, ich habe ja noch andere Accounts und die anderen Leute haben auch andere Accounts und da kann man natürlich über die ganz einfach auch Loas machen. Das ist kein Thema. Und dadurch kann man halt auch Loa leveln. Hier kommen auch noch einige Events, wie ihr sehen könnt, die ich in den nächsten Tagen mitmachen kann. Ja, also mein, das ist jetzt der aktuelle Stand hier. Wenn ihr startet in einem alten Königreich, die Entwicklung ist deutlich, deutlich schneller. Ressourcenmangel sollte es nicht wirklich geben. Wir können jetzt nochmal hier gucken. Ja, ich war jetzt 2, 3 Stunden nicht online hier und ihr seht, wie viele Ressourcen man da wieder bekommt. Wie gesagt, daran mangelt es definitiv nicht. Ich kann mittlerweile sogar Level 15er Barbaren töten, Level 12er. Ich mache immer Level 11er, ab Level 11er, wegen der Gems. Hier, hier als zweiten dann sie dahinter. Somit level ich sie halt parallel. Ich empfehle euch aber natürlich Loa zu machen, weil Loa die eine Fähigkeit hat, wo 70% mehr Erfahrung generiert wird. Nochmal zusätzlich, so kommt ihr dann schneller voran. Hier. Aber im Großen und Ganzen den Test, den ich jetzt damit erreichen wollte oder wo ich mir jetzt mal angucken wollte auch, ist das denn wirklich so, wie ich es vermutet habe, dass man sich in alten Königreichen besser und schneller entwickelt? Ja, definitiv. ich muss mir hier auch keine Gedanken machen, dass ich irgendwie von irgendwem angegriffen werde. Hier ist weit und breit niemand. Niemand interessiert mich, niemand interessiert sich für mich, weil ich halt ein Account bin, der sehr, sehr schwach ist. Also mich wird hier auch keiner angreifen. Das ist aber von Königreich zu Königreich wirklich unterschiedlich. Höhlen habe ich hier auch schon viele erforscht und Dörfer, wie ihr sehen könnt, aber das sind doch bei weitem nicht alle. Das ist ein kleiner Teil. Ich habe jetzt hier ganz, 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 ganz viel. Da oben noch. Das habe ich hier alles noch nicht gemacht. Das habe ich alles noch vor mir. Und diese Höhlen und Dörfer, die bringen einem so super viel. Also ich kann euch das nur empfehlen. Also wenn ihr in dem alten Königreich seid und ihr habt halt einen Ausbau, der mal ein bisschen länger dauert, dann erforscht Höhlen, grasst die alle ab. Ihr bekommt ganz, ganz viele Speedups. XP hier. 7x50. Dann bekommt ihr diese Karten. 3x1000 hier. Ja, wie gesagt, Speedups bekommt ihr. Und dann durch die Höhlen halt auch nochmal richtig gute Belohnung. Ich empfehle euch aber, wenn ihr das machen solltet, wirklich Zone für Zone zu machen. Nicht wie ich jetzt gerade hier kreuz und quer. Ich nehme auch immer eher zuerst nur die hohen und die mittleren Höhlen, weil die halt am meisten geben. Also ich habe ja hier angefangen. Ich habe die Zone hier komplett durch mit Höhlen und Dörfern. Hatte dann hier unten auch angefangen. Und ja, da bin ich noch nicht durch mit den Höhlen, aber mit den Dörfern. Und dann wäre das hier meine nächste Station und so weiter und so fort. Ich werde jetzt hier auch mit dem Account ein bisschen weiter machen und euch dann auch nochmal auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht. Worauf ihr als ja weiteres dann drauf achten solltet. Und da wird es dann in der Zukunft auch nochmal Videos von mir geben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.